Ich bin Carola Keitel und ich berate Sie sehr gerne zu Ihrem Visualisierungswunsch in-house. Wir bieten seit circa 15 Jahren Visualisierungstraining im Basic-Bereich an. Das heißt, Sie oder Ihr Team können nach zwei Tagen die Visualisierungsbasics und können mit einer neuen Kulturtechnik sich miteinander verständigen. Natürlich bieten wir auch Spezialtrainings an, weil wir die Pionierinnen auf dem Gebiet in Deutschland sind, können wir für Sie alles maßschneidern, was Sie brauchen. Rufen Sie doch einfach mal an und dann gucken wir, was Sie konkret brauchen. Unser Standardvisualisierungstraining, was wir natürlich auch Ihren Bedürfnissen anpassen können, ist schon tausendfach erprobt. Das heißt, wir haben diesen Standard, wir haben schon tausende von Menschen geschult und es kommt immer zum Erfolg. Das heißt, die Leute sind begeistert und sie haben eine neue Kulturtechnik gelernt. Was auch ganz erstaunlich ist, dass unsere Visualisierungstrainings querbeet durch alle Branchen funktionieren. Also wir kommen rein, wir schauen, wer ist da vor Ort und kommen am Ende der zwei Tage immer auf die Themen, die für Sie ganz persönlich wichtig sind. Was uns immer wieder in unseren Trainings begegnet ist, dass die Menschen in immer kürzerer Zeit immer komplexere Themen zu lösen haben. Außerdem sind viel mehr Menschen an immer größeren Prozessen beteiligt und da merken wir einfach, dass es den Menschen Schwierigkeiten bereitet, hier noch den Überblick zu behalten und das Verständnis zu schaffen. Und genau da setzen wir an, denn die Teams können nach einem Visualisierungstraining Ordnung und Struktur schaffen. Sie können in einem großen Konglomerat von Komplexität die Einzelteile visualisieren. Das heißt, man bekommt einen Überblick, man kann Prioritäten schaffen. Man kann auch, die Teams können dann aus ganz riesigen Textwüsten, unübersichtlichen Textwüsten schöne und anschauliche Bilder schaffen, die ein gemeinsames Verständnis fördern. Und das Tolle ist, es macht auch noch unglaublich viel Spaß und bringt Inspiration für neue Ideen. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine Mail. Ich freue mich drauf, bin gespannt auf Ihr Anliegen und wir puzzeln zusammen die passende Lösung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020